Flachau, Hermann-Meyer-City im Salzburgerland, war zum vierten Mal Schauplatz der Bike Night. Mittendrin steht nur dabei Larissa Marold, die sich mit Olympia-Medaillengewinner Benjamin Karl gleich professionelle Unterstützung in Sachen Bike holte. Wir sind ja da bei der Flachau Bike Night. Ja. Und das ist quasi ein Cross-Country-Rennen, wie die Todl, vor allem im Kreis. Das ist aber sehr anstrengend, es sind etliche Höhenmeter dabei, schwierige Abfahrten. Du hast sogar so ein Navi da oben. Hättest du sogar früher aus dem Dschungel gefunden, wahrscheinlich. Wahrscheinlich? Ich hab mir heute extra Regenschuh angezogen. Aber es gibt das ganz Tolle, es gibt die kleinen Schuhe, die du hast, auch mit Klick-System. Also Klick-Pedal immer. Und ja, dann bin ich vor 100 Leuten umgefallen, aber macht ja nichts raus. Ich bin vor Millionen Leuten umgefallen, macht ja nichts raus. Schaut's mit Stunts aus, kann man mit dem Stunts machen? Ja, du bist ja die BMX-Fahrerin, Halk, ja, du musst Stunts machen. Ja, fahr' ich. Ja. Und ich soll fahren. Ja. Fühlt sich so gut an. Man sieht's, also Papa hat ja Fahrrad fahren gelernt. Aber das andere ist eh so Übung. Also falls ich da wirklich die Runde, die flachen Bike nicht mitfahren will, dann kann man das sicher arrangieren. Ich glaube, ich muss noch passende Schuhe kriegen, aber ich würde definitiv, wenn das Wetter jetzt ein bisschen anders wäre und die Verletzungsgefahr jetzt bei diesen Hügeln nicht so groß wäre, schon ein bisschen riskant. Also weiß ich nicht, ob ich so kurz vor dem Urlaub riskieren würde, da jetzt den nassen Hang runterzufahren. Da fahr' ich lieber in der Halle rum und sag' Hallo. Aber statt aufs Bike ging's dann lieber doch gleich an die Startlinie. Schließlich sollten die hunderten Teilnehmer nur auf ein Commander hören, nämlich auf ihres. Das ist das erste Mal, dass ihr die Erde habt, ein Rennen zu starten. Ja, ich hab voll Angst, was weiß ich zu machen. Braucht ihr nur das Stecken ins Radl rein irgendwie. Du, mir passiert das am Ende noch. So viel wir ja noch können. Einfach irgendwie die Fahne rauf, runter passt. Klar, wenn ihr jetzt in der Mitte stehen bleibt, die Fahne schwingt, aber nicht weg geht, dann wäre blöd. Alter, ihr habt jetzt einen Tinnitus. Ich soll für ewige Andenken an die Plache auch. Wahnsinn. ?